Für den Webdienst Tinkercad legt man sich ein kostenloses Benutzerkonto an und startet mit einem Klick ein neues Projekt. Auf der Palette mit den Standardformen gibt es keine Vorlage für Zahnräder. Für solche komplexen Formen bietet Tinkercad sogenannte Shape Generators an. Das sind Makros, die zum größten Teil aus der Community stammen. Blättert man vor bis zur sechsten Palette, findet man dort einen Shape Generator namens ProGear. Ein Klick darauf fügt ein Zahnrad mit acht Zähnen in den Bauraum ein. Sobald dieses Zahnrad ausgewählt ist, blendet Tinkercad eine Reihe von Schiebereglern ein, mit denen sich verschiedene Parameter des Zahnrads präzise einstellen lassen. Für mein Uhrenzahnrad beginne ich bei der Zahl der Zähne. 50 sollen es hier werden. Anschließend ist die Breite der Zähne an ihrer Basis dran, die auf knapp 2 mm gestellt wird. Die Breite der Lücke zwischen den Zahnrädern fällt mit gut einem Millimeter größer aus als bei den vorhandenen Zahnrädern des Uhrenbausatzes. So ist sichergestellt, dass die Zähne später genügend Luft haben, gut ineinander greifen und nicht verklemmen. Beide Maße verändern den Durchmesser des Zahnrades. Das darf einen hier nicht irritieren. Der Durchmesser wird ganz zum Schluss korrigiert. Die Höhe der Zähne setzt sich aus der Höhe der Basis und der Höhe der Spitze zusammen. Für beides gibt es bei diesem Shape Generator getrennte Regler. Dann habe ich die Taille der Zähne etwas schlanker gestaltet. Damit war die Formgebung der Zähne abgeschlossen. Über die gewöhnliche Skalierungsfunktion für Objekte in Tinkercad habe ich mein Zahnrad auf den gewünschten Durchmesser von etwa 51,5 mm gebracht. Hält man beim Skalieren die Umschalttaste gedrückt, bleibt das Seitenverhältnis des Objektes erhalten. Für das kleine Ritzel des Doppelzahnrads habe ich über die Tastenkombinationen STRG-C und STRG-V eine Kopie des Zahnrads angelegt und die Zahnzahl der Kopie auf 15 herunter geregelt. Anschließend habe ich auch dafür den Durchmesser auf das Wunschmaß gebracht. Für mehr Bewegungsfreiheit hilft es, das Einrastgitter von Tinkercad für solche Operationen auf 0,1 mm zu verfeinern oder ganz zu deaktivieren. Zum Schluss habe ich einen Zylinder von der Stange als Kern des Doppelzahnrads hinzugefügt und das kleine und das große Zahnrad über die Tinkercad-Skalierungswerkzeuge auf die nötige Dicke gebracht. Wählt man mehrere Teile gemeinsam aus, kann man sie über das Adjust-Menü aneinander ausrichten. Die Teile habe ich anschließend zu einer Gruppe zusammengefasst und Ihnen ein gelbes Material zugewiesen. Die Bohrung entsteht durch einen weiteren Zylinder, der zum Loch erklärt wird. Gruppiert man ein solches Lochobjekt mit einem Volumenkörper, spart Tinkercad die Form des Loches aus. Ganz zum Schluss habe ich mein maßgeschneidertes Ersatzteil für das Spielzeuguhrwerk als STL-Datei exportiert. Fertig für den 3D-Druck.